Willkommen zurück bei Ages of Mayhem. So, wir schauen in den globalen Konflikt. Da haben wir, glaube ich, hier alles. Ja, das fehlt mir nur noch, sonst habe ich alles. Dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Hauptmission. Operation Irrenhaus. Da fühlt man sich doch gleich wohl. Und jetzt wird es langsam richtig hart und dreckig. Und mit denen kann man gleich reingehen, das passt so. So, da sind wir da. So, nehmen wir ihn da. Der ist ganz cool. Wo ist er denn? Kingping. Kingypingy. Einmal einsteigen. Weg da, Kraxen. Der ist geflogen. Da sind wir gleich da. Schön aussteigen, stylistisch. Ein bisschen was kaputt machen, noch schnell. Oh, das kann man nicht kaputt machen. Sicher kann man es kaputt machen. So, Operation Irrenhaus. Dann lassen wir mal den Irren raushängen. Oh, das ist ein bisschen was kaputt machen. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Beruhigen wir uns wieder? Wow, 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 wow. Ne, 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 ne. So, okay. Ihr wollt's hart. Ihr kriegt es. Ey! What the hell? Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Komm her, motherfucker. Und dicker. Ihr Säcke. Robo-Flaschen. Zack, in die Fresse. Saubernde. Kommt nur her, dort zum Papa. Mach euch mal her. Oh, hier müssen wir mal ein bisschen weg hier. Irgendwas bummst hier dauernd runter. Zack. Weg mit dem Dreck da. Noch so eine Wanze, sag ich mal. Auch in Weidemeyer. Er will auch noch spielen da. Ausgespielt, Junge. Oh, hoppala. Au, ab da. Sonst gibt's Backpfeifen. Noch so ein paar Flaschen. Beziehungsweise ich muss ja gar nicht mit denen da rummeiern. Ich schaue da hin. Da rauf. Scheiße, wie komme ich da rauf? Da komme ich nicht rauf. Ficken gehen, da komme ich nicht rauf. Oh, jetzt komme ich rauf. Hier müssen wir hin. Da reißt das Zettbogen hoch. Geh rauf da. So. Wir haben ja was, wo wann. Das ist ein Scheiß. Was ist das? Hey. Wo hundt du? Alles Hunde. Motherfuckers. Mit dem Dreck. Was steigen sie in den Mongo ein? Lol. Steigen keine Mongos ein. Da ist der Mongo. Nenn sich Mongo, der Karl. Geil. Komm her, Mongo. Was hat das Auto hier mit der deutschen Bundesregierung gemeinsam? Die Spitzenfrage. Beide sind Mongos. Ja, der war flach, aber realistisch. So. Und nicht wieder Zeit rennen. Woah. Woah. What the fool. Woop, 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 woop. So much air. So much air. Out of my way, my tiny motherfuckers. Oh, scheiße. Ups. Wo ein Turbo rein da. Das ist so eine blöde Zeitmission wieder. Die Karte ist cool. Gleichzeitig. Weg. Zivis. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich hab's gekriegt, Gott sei Dank. Fick hängen gehen. Jetzt bin ich da runterflogen. Schleich dir, du blöder Drecksboss. Arschloch. Lern. Ah, jetzt komm ich da nicht vorbei. So eine elende Scheiße, du Dreckszivilisten. Mann, ich überfahre jetzt jeden Zivilisten hier. Scheiß drauf. Wir sind nur im Weg, die Pisser. Nicht ewig Zeit hier. Ist eine Zeitmission. Woah. Fuck, 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 fuck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Woah. Hat aber funktioniert. Wie auch immer. Du bist der Flögel, der Flögel, der die Luftforsche, die in der Brandminele. Holy shit. Das ist ein Rennen. Ich hasse Rennen. Weg da, Arschgeige. Schleich dich, LKW. So. Wie weit sind wir noch? Wie gesagt, ich hasse Rennen. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Schon wieder so ein Jumperei da. Woah. Woah. Oh, Scheiße. Oh, Woah, 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 woah. Der haut sich hier ab und ich muss leiden hier. Wie weit ist denn das noch jetzt, ey? Gib mir more, gib mir more, gib mir more. Komm, da muss nochmal irgendwo ein Ziel sein. Oh, endlich. Ich komme jetzt mal hin. Nur das Klärchen im Kanäherchen. So, hopp, hopp, hopp. Oh, der hält aber was aus. Und der ist pissed. Ich sehe nichts, das ist verbrennt. Oh. Denen schieße ich die Scheiße raus da. Oh, jetzt haben wir ein bisschen was abgedreht. Aber es geht, es geht, es geht. Da ist noch so eine Flasche. Ich muss mein Schild immer erneuern, dann geht das. So, noob down, noob down, over. Nur mehr so Pizzles oder was. Es geht mit ihm ganz passabel. Ins Gesicht, Junge. So macht man das. So macht man das. Junge. Und danke für die Kiste. Arschgang down, Arschgang down. Oh, wow. So, nutzen sie den... Wah, wah, wah. Hä, was ist denn das für ein Dreck da? Alter! Kommen wir nach? What the fuck? Putzgeräte-Attacke oder was? Holy shit. Zieh du das rein, Alter. Die Putzgeräte wollen mich ficken. Das geht ja gar nicht. What the fuck, Alter. Angriff der Putzroboter oder was? Hau mich weg, so können wir jetzt nur mehr scannen. Holy moly. Ich verleg' grad, wo er hin muss. Geht's ja nirgends hin. Doch, da. Da ist ein Motorrad. Das Klärchen im Knärchen. Hammer. Können wir machen. Oh. Ich will mich anpisten, der Kleine. Arschgang down, over. So, wir müssen die da retten jetzt. Das machen wir schnell. Erhoff da. Oh. Gerettet, nächste. Rettet, nächste. Wieso krieg ich jedes Mal einen Stromschlag, wenn ich jemanden rette? So, so weit weg da. Ja. Noch weiter weg muss man. Fantastic. Another good deed done. I've been looking at the data coming back from the transmitters. And it appears that they were all made at KW Robotics. Yeah. Surprise, surprise. Surprise, motherfucker. I need you to go and investigate their facility. Weg da, Bus. Oh, du dreckst, Bus. Wegen hier bin ich jetzt falsch gefahren. So, dreckst, Bus. Surprise, motherfucker. I'll be back. Out of my way, you hippies. Freizeit-junkies. Und sonstiges Gedöns. Was die Umwelt verpestet. Ob ich da richtig bin, das Navi führt mich schon wieder irgendwo, glaube ich. Surprise, motherfucker. You're there. Find out where those transmitters are being made. So, scannen wieder. Suchen. Und zerstören. Da oben irgendwo. Wir haben eine Kiste, sehe ich gerade. Wird schön angezeigt inzwischen. Cool. Schön geskillt haben wir das. So, wo ist der Dreck? Da. Welcome to KW Robotics. We put the nuts in bolts. That's a shitty ass tagline. Fährst nicht. Äh. Da haben wir nur eine Kiste. Auf jeden Fall mit. Das ist der wahrscheinlich, ne? Genau. Welcome to KW Robotics. We are totally not a front for Legion. Haha. And we're just now discovering there a Legion front? Oh, diese ekligen Viecher gehen mal schon um Samf hier. So, da müssen wir runter. And two. 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 And four. And two. And three. And three. And two. And two. And three. And two. And two. What's that? Aua, du Sch... Scheiß drauf, was macht man das? It's party time! ULTI! Dance, motherfuckers! So, da hat er sich vernichtet von dem Gesindel hier. The next one, motherfuckers! Boom, schickalacke! Ich mach' ich mehr. Next, motherfucker! Aua, du Schweinehirte! Was schießt denn hier dauernd nicht so Müll rum? Einer von euch Spacken da, he? Exerlegt! So, wo müssen wir eigentlich hin? Jetzt müssen wir mal gucken. Ewig muss ich mit denen nicht rumähren. Da müssen wir lang. Irgendwo? Hier? Äh? Hä? Unter mir vielleicht. Mal. Unter mir. Da sind die Spacken. Da ist er. Oh, man, 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 man. Irgendwer ballert er dauernd auf mich. Wir machen wieder mal nen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker-Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss! Tschüss. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018